Im Restaurant. Lassen Sie uns mit dem Kellner zu reden und zum Essen und Trinken zu bestellen. Guten Tag, meine Dame, mein Herr. Willkommen in unserem Restaurant. Guten Abend. Können wir das Menü sehen, bitte? Sicher. Hier. Sie haben Preisverminderung zum Menü des Hauses. Es scheint ein schönes Restaurant zu sein. Was meinst du? So ist es. Hast du dich über das Menü entschlossen? Ja. Bringen Sie mir eine Gemüsesuppe als Aperitif und als zweites Gericht ein gut gekochtes Braten ohne Salat. Und Sie, meine Dame, was haben Sie entschlossen? Wir bringen Sie einen grünen Salat mit Tomaten und Öl und eine Lasagne. Müssen wir viel warten? Ungefähr 20 Minuten. Was wünschen Sie trinken, meine Dame, mein Herr? Ein Mineralwasser, bitte. Und Wein für den Herr? Weißwein. Und eine kalte Dose Cola, bitte. Zwanzig Minuten später. Guten Appetit. Danke. Hm, eine richtig leckere Suppe. Wie ist deine Pasta? Gut gekocht und geschmackhaft. Willst du probieren? Nein, danke. Ich wollte seit langem einen Braten essen. Ich will nichts anderes. Ich habe verstanden. Dann warten wir auf den Kellner, um einen Dessert zu bestellen. Da ist er. Können Sie uns bitte das Dessertmenü bringen? Ja. Was empfehlen Sie uns? Ich empfehle Ihnen unseren Tiramisu-Kuchen. Es ist lecker. Dann bringen Sie uns zwei Portionen und machen Sie die Rechnung, bitte. Zahlen Sie Bargeld oder mit der Karte? Wir werden mit der Karte zahlen. Wir danken Ihnen und warten auf Ihnen wieder. Wir werden sicherlich zurückkommen. Es hat uns Spaß gemacht. Bitte führen Sie die folgenden Übungen durch, um besser diesen Dialog zu verstehen und die neuen Wörter und Phrasen auswendig zu lernen und ihre Deutschkenntnisse zu üben. Antworten Sie mit richtig oder falsch auf die folgenden Fragen. 1. Maria und George gehen zusammen im Restaurant. 2. Hier sind Sie von dem gewählten Lokal und dem bedienten Essen bezaubert. 3. George will nur das zweite Gericht bestellen. 4. Maria fällt sowohl das erste Gericht als auch das zweite. 5. Die beiden verlassen das Restaurant, ohne die Rechnung zu bezahlen. 5. B. Formuliere eine Einladung zu einem Restaurant für einen Freund oder der Geliebte, wenn du einen schönen Abend bieten willst. Bis zum nächsten Mal.